So, und schon geht's weiter bei Minecraft. Richtig, und jetzt geht's zu den nächsten Schafen. Ja, du bist gleich voll dabei. Ich werd' noch ein paar Schienen mit mir craften. Ich glaub, so viele brauch ich eh nicht mehr. So, Schafel, wo seid ihr? Ich baue nämlich noch Wolle. Ich werde die Wohnung endlich fertig bekommen. Wird ja langsam Zeit, ne? Ja. Ne, das ist ein Esel, den brauch ich nicht. Die Eselhaut kann ich, glaub ich, nicht da reinmachen. Frag mich, ob das jetzt erstmal... Ja, das sollte reichen. Das mit der Holzverkleidung, das machen wir dann, sobald die Schiene fertig ist. Genau. Bisschen haben wir ja das schon gemacht. Schafel, wo seid ihr? Ich hab ja schon mal gesagt, das könnte halt ein bisschen dauern mit dem Tunnel, aber, ja. Und ja, ich habe ja nur noch zwei Goldbahnen, das heißt, ich werde jetzt halt mit dem Boosterschienen ein bisschen sparsam sein, also dann immer nur eine Boosterschiene statt zwei dann hernehmen. Weil da ein Loch ist. Äh, ne. Ja. Warum ist da ein Loch? Warum sind hier keine Schafe? Weil die Schafe dich nicht mögen. Ja. Wie viel war das? Acht, glaub ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Okay, acht. Und warum schwebt hier Schnee in der Luft? Ach, jetzt weiß ich, warum ich hier nicht weitergemacht hab. Wieso denn? Weil ich ja den Boden mit Holz auskleiden möchte, also zumindest die Schienenstrecke. Deswegen hab ich da nicht weitergemacht. Achso. Hm. Ich merk, ich hab immer noch die Diamantspitzhacke. Wird das bisschen... Ja, wobei... Ach, ich lass mal im Inventar. Kann nicht stören. Das ist ne Höhle, da will ich nicht rein, das sind keine Schafe. Ich brauch weiße Schafe. Ich brauch weiße Schafe. Ich brauch weiße Schafe. Wie schaut's eigentlich mit Holz aus? Hm, Holz haben wir hier genug. Ja, in Form von Bäumen, ja. Aber ich mein, Holz in Form von in der Kiste sein. Hm, da glaub ich haben wir nicht zu viel. Wenn wir jetzt noch Schafe irgendwo hätten, das wären ganz schön. Woho, wir haben Holzstufen. Hm. Naja, okay, aus zwei Holzstufen kann ich ja normalen Block machen. Brauchst du die Stufen, grad zufällig? Ja. Weil dann nehm ich sie mit. Kannst du machen, ja. Wo sind die Schafe? Die flüchten alle vor dir. Ich werd das doch nicht merken, da ich in der Nähe komme und dann, wow, weg. Da kommt der Irre schon wieder. Will unser Fell haben. Das gefällt denen halt nicht. So ein Klapper halten. Du hast gleich den Wortwitz nicht verstanden. Da hinten ist eins. Why you don't understand my Wortwitz? Weißt? Hm. Na, du bist ein Schwein. Oh Gott. Du bist vielleicht ne Sau. Verdammt nochmal. Yeah. Sowas muss ich mir rumschlagen. Hm. Na, nicht weg. So. Gut, Fichtenzerzwingen ist wieder im Boden. Yum, yum. Ja, das sollte mir ein bisschen reichen. Ui. Out of nowhere. Hm? Baumstamm. War da am Boden. Okay. Du bist ne Kuh, hm. Diese blöde Kuh, verdammt nochmal. Okay, das wird immer noch nicht reichen. Muss ich nochmal nen Baum fällen. Hm. Hm. Ich glaub ich muss mal was hier mal gucken, ob... Ob man von... Ob man von hier oben was sieht. Hast du da nen anderen Baum pflanzt? Der sieht so hell aus. Vielleicht so den anderen. Ja, der sieht auch hell aus. Vielleicht aus Versehen. Na, die mag ich net. Die mag ich net. Hm. Die Ese ist da hinten. Musst du die gleiche Farbe dann haben. Ach, das ist ja schon wie... Das ist ein hässliches Pferd. Äh, mal gucken. Hm. Ne, das ist auch Fichte. Das sah nur so komisch aus. Na. Keine... Wolle in der Nähe. Dann halt net. Willst du dich scharf denken? Hast du Pech gehabt? Hab ich nix gewollt. Fürs Erste. Willst du scharf sagen, you win this time. Ja, okay. Fast ein ganzes Deck Holz. Da kann ich zumindest mal ein bisschen weitermachen. Scheiße. Weil... Wenn... Die Schiene dann schonmal... Also nicht die Schiene. Wenn... Das Holz schonmal da im Boden ist. Auf dem dann die Schiene ist. Dann geht's ein bisschen schneller dann. Hoff ich. Wünsch ich mir. Glaubste. Hoffe. Bedenke. Ich hab auch nix zum... Eigentlich hab nix zum Essen dabei. Das ist nämlich ne lange Strecke. So. Okay. Wollen wir mal. Ich hoffe, ich flieg nicht wieder in den Boden. Weil ne Hülle... Ist das nicht so, als wäre das schonmal passiert? Ne, natürlich nicht. Komm euch nur auf so'n Gedanken. Ja. Ach, Kies. Nix. So. Da wieder mal. Ich bin angekommen. Bist du? Das ist doch gut. Halt! Du gehörst da drauf. Du gehörst da drauf. Ja, das... Könnte reichen. Ich bin nicht mehr sicher. Doch nicht. Doch, das reicht. Gut. Also, das ist schonmal komplett fertig. Also... Ha, der Holzweg. Bist du auf dem Holzweg. Ja, aber sowas von. So, das waren vier. Genau. Fünf, sechs, sieben, acht. Einer. Das hätte ich beinahe einen fatalen Fehler gemacht. Das hätte ich beinahe einen Pfeil auszusehen verschossen. Oh nein. Ja, stell dir das mal vor. Nein, nicht dahin. So, jetzt habe ich ein Problem. Echt verdammt? Das sind nur noch ein paar Blöcke. Und ich habe keine Beschleunigungsstreifen mehr. Äh, Streifenschienen mehr. Das heißt, wir müssen uns wieder Gold besorgen. So eine Scheiße, weißt? Weil ich... Okay, das mache ich auf jeden Fall schon. Weil da würde ich gern zwei Beschleunigungsschienen reintun. Und dann... Ne, das ist dann kacke. Das sieht jetzt erstmal ein bisschen blöd aus. Aber dann würde ich hier noch eine Schiene hintun. Nur zur Sicherheit. Ja. Ach, das lasse ich da mal so. Und mach provisorisch, ähm... Daneben eine Erde hin, dass ich weiß, okay, da... kommt dann... ein Beschleunigungsstreifen hin. Dort hast du die Bäume nicht mehr gepflanzt. Ich habe Setzlinge hintan. Weil hier lagen du Setzlinge. Ja, vielleicht waren das noch, äh, von den Blättern, die runtergeflogen sind. Das ist wirklich. Ich will es hoffen. Ja. Hilft nix. Ich brauche Gold. Meins im Dorf hat einer Gold. Mh, möglich. Dass er vielleicht das tauscht. Tauschen. Du meinst sterben. Ich will das Gott. Ich hab grad einen irrsinnigen Drang. Du bist schon weg, Grant. Jetzt konnte ich dich mit den Schienen nicht mehr verprügeln. Mach hier gleich zu, dann begrabe ich dich da im Tunnel. Dann ist alles auch noch auf. Ja, das hätte ich vorher erstmal zugemacht. Wieso liegt hier, äh, Erde? Also das ist das. Das ist für mich als Markierung, äh, da einen Schienenteil Ochm, dann Beschleunigungsschienen. Bour Vader. Ach so, drop mir mit mal. Das sieht man eher First Me. Das ist mir gar nicht zu wenig was sag. Ich so bla bla bla, er, ööööööööööööööööööööööööööööähööööööööööم Das ist dann immer wie bei den Peanuts, das ist dann immer bei mir. Er so übersetzt so mein Gerede, wenn ich irgendwas erzähle, so hört sich das an bei dir. Das lass ich dabei hier. Ja, ich brauch Gold. Dringendst. Und ich möchte nicht die Diamantspitzhacke da mitnehmen. Nein, nehm ich lieber die Eisenspitzhacke mit. Ja, okay, dann halt, was zum Essen brauch ich. So, das wird reichen. Dann muss ich halt in der Höhle, wo vielleicht noch was sein könnte. Ich werde wahrscheinlich nie wieder zurückkommen. Das ist schade. Irgendwo glaub ich dir nicht. Das klang einfach nicht überzeugend. Okay, hier geht's nur raus. In der Höhle waren wir ja vor längerem schon. Ich glaub, da haben wir alles abgerast. Ich glaube auch. Aber vielleicht hab ich ja Glück und ich find noch was. Vielleicht haben wir einfach nur was übersehen. Man weiß ja nicht. Das ist alles möglich. Ich will es nicht ausschließen. Aber Pflasterstände brau ich ja alles nicht. Nö. 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 Und schön ist, ich hab jetzt wenigstens Fackeln dabei. Also, falls ich in einen dunklen Bereich komme, kann ich deswegen es ausleuchten. So wie hier. Achso. Naja, zumindest einen kleinen Teil ausgeleuchtet. Kohle seh ich noch. Naja, wenn ich schon mal dabei bin. Hui. Hier ist viel Kohle. Wisch? Aha. Da ist verdammt viel Kohle, ehrlich gesagt. Können wir uns das übersehen haben? So blind sind wir jetzt auch wieder nicht. Nee, ich nur auf einem Auge. Also, dass du von daher geht hast. So, du versperrst mir die Sicht auf... Nichts. Sehr schön. Toll. Hat mir die Sicht auf nichts versperrt. Auf nichts. Ah ja, gut. Aber irgendwo war doch noch was. Also, ich könnte schwören, dass da irgendwo noch was war. Wir haben es nur nicht gefunden. Und so blind können wir jetzt auch wieder nicht sein. Ach ja, da geht es ganz tief runter in die Mine. Da unten war man nicht. Das weiß ich. Ich könnte auch einen Weg runter machen. In der Theorie. In der Theorie schon, ja. Ob ich das halt will, ist die andere Frage. Bye bye. Ah, jetzt gehe ich in den Kreis. Wie viel Erde habe ich eigentlich? Okay, ich habe keine Erde dabei. Dann kann ich das erstmal... Wobei, da unten wäre Wasser. Sollte ich Glück haben und fall ins Wasser. Wäre ich erstmal safe. Aber komme ich auch wieder hoch. Ich glaube ja nicht. meint er ja nicht. Ich glaube ja nicht. Vielen Dank.